Nebo, der Fliegefisch, das gehört von Andreas Jahn in der Luft und der Rochen von Markus Zulisch. Hier heißt es für den Belohnen das Umdenken. Hier kann man ja auch Gas geben und loslegen. Hier müssen alle Bewegungen manuell über die Flossen produziert werden. Hier ist der Manta, die Spitze eingebaut für die Galina Show Valhalla. Das waren Valmerei, jetzt gibt es noch zwei davon. Ein hat die Katze erwischt. Und der Nebo, ein schönes Spielzeug für das Kindersimmer. Da gibt es keine Propeller, keine drehenden Teile. Jetzt wird der Kuschel. Jetzt schubsen. Nebo ist meistens so gut, das super. Gründet in eine Ladebo. Der Manta gibt einen Schubs. Kommt ihr, die Falle ist. Gott, der Nebel hat es gesagt, es ist sehr gefüttert. Gott, der Nebel hat es gesagt, es ist sehr gefüttert. Es ist sehr gefüttert. Es ist sehr gefüttert. Es ist sehr gefüttert.